Gemäß § 314 Absatz 4 wird der Schadensersatz nicht durch die Kündigung ausgeschlossen. § 325 regelt, dass der Schadensersatz auch durch den Rücktritt nicht ausgeschlossen wird. Sowohl § 315 als auch § 375 Absatz 1 HGB beziehen sich auf die Bestimmung vertraglicher Regelungen. Deshalb ist hier eine Kommentierung sinnvoll. Gemäß § 315 ist die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen. Dieser Begriff ist unbestimmt. Ist die Höhe zwischen den Parteien streitig, ist § 287 Absatz 2 ZPO relevant. Der in § 318 Absatz 2 Satz 2 genannte Begriff unverzüglich wird in § 121 Absatz 1 Satz 1 legal definiert. Er bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Genauso wie bei § 315 kann auch an den § 319 Absatz 1 Satz 1 der § 287 Absatz 2 ZPO kommentiert werden. Der Grund? Das billige Ermessen ist unbestimmt und kann Streit über die Höhe der Forderung auslösen. In § 320 Absatz 1 ist die Einrede des nicht erfüllten Vertrags geregelt. An diese Vorschrift kann als Gegenverweis der § 309 Nr. 2 Litera A kommentiert werden. Demzufolge darf das Leistungsverweigerungsrecht in AGB nicht eingeschränkt werden. Als Spezialvorschrift für das Handelsrecht kann der § 369 HGB kommentiert werden. § 320 Absatz 2 setzt eine teilweise Leistung voraus. Gemäß § 266 ist der Schuldner zu Teilleistungen nicht berechtigt. Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt gemäß § 321 Absatz 2 Alternative 2, wenn Sicherheit geleistet wird. Die Arten der Sicherheitsleistung werden in § 232 Absatz 1 aufgezählt. § 322 Absatz 1 normiert die Verurteilung zur Leistung Zugumzug. Die Zwangsvollstreckung bei einer Leistung Zugumzug ergibt sich aus § 756 ZPO. Im § 323 ist der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung normiert. Auf diesen nimmt § 218 Absatz 1 Satz 1 Bezug. Der § 352 spricht vom Rücktritt wegen Nichterfüllung. Für den Rücktritt nach § 323 ist eine fällige Leistung erforderlich. Ausnahmsweise kann der Gläubiger aber bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit zurücktreten. Das ergibt sich aus § 323 Absatz 4. Gemäß § 323 kann der Gläubiger vom Vertrag zurücktreten, also die Aufhebung eines Vertrags herbeiführen. Dieser Umstand wird in § 255 Absatz 1 ZPO vorausgesetzt. § 323 Absatz 2 nennt verschiedene Fälle, in denen die Fristsetzung entbehrlich ist. An dieser Vorschrift können der § 326 Absatz 5, der § 440 Satz 1 und der § 636 als Gegenverweise kommentiert werden. Diese enthalten weitere Fälle der Entsperrlichkeit. Sowohl § 323 Nr. 2 als auch § 376 Absatz 1 Satz 1 HGB enthalten die Formulierung, dass die Leistung nicht bis zu einem bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten Frist erfolgt. Deshalb ist eine Verweisung sinnvoll. § 323 Absatz 5 Satz 1 setzt voraus, dass der Schuldner eine Teilleistung bewirkt. Gemäß § 266 ist der Schuldner zu Teilleistungen nicht berechtigt. An den § 323 Absatz 5 Satz 2 kann als Gegenverweis der § 441 Satz 2 kommentiert werden. Dabei handelt es sich zugleich um eine Ausnahmevorschrift. Dass der Schadensersatz nicht durch den Rücktritt oder durch die Kündigung ausgeschlossen wird, ergibt sich aus § 325 und aus § 314 Absatz 4. Nach § 326 Absatz 1 Satz 1 entfällt bei der Unmöglichkeit der Anspruch auf die Gegenleistung. Im Fall des § 615 Satz 1 kann der Dienstberechtigte aber die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Es handelt sich also um eine Ausnahmevorschrift. Die in § 326 Absatz 1 Satz 2 genannte Nacherfüllung wird in § 439 normiert. Gemäß § 311 Absatz 1 wirkt ein Vertrag grundsätzlich nur zwischen den Beteiligten. Allerdings kann das Gesetz davon Ausnahmen festlegen. Eine solche Ausnahme ist der Vertrag zugunsten Dritter im Sinne des § 328. Der in § 330 genannte Leibrentenvertrag wird in § 759 folgende ausführlich geregelt. In § 339 ist die Verwirkung der Vertragsstrafe normiert. In § 309 Nr. 6 werden Besonderheiten der Vertragsstrafe in den AGB geregelt. An den § 343 kann als Gegenverweis der § 348 HGB kommentiert werden. Dabei handelt es sich zugleich um eine Ausnahmeregelung, da eine Herabsetzung nach § 343 ausgeschlossen wird. Nach § 343 kann eine unverhältnismäßig hohe Strafe auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Da Streit über die Verhältnismäßigkeit entstehen kann, kann der § 287 Absatz 2 ZPO kommentiert werden. Die Verhältnismäßigkeit Die Verhältnismäßigkeit